UEFA bestätigt, Katar spielt in Europas WM-Qualifikation mit. WM-Gastgeber Katar nimmt an der europäischen Qualifikation zur WM 2022 teil. Diese startet im März. Spielen wird das Emirat in der Gruppe A mit Europameister Portugal. Das ist das Ergebnis von Verhandlungen zwischen der UEFA und dem asiatischen Kontinentalverband AFC. Darunter berichtete zunächst die britische Internetzeitung The Impedent. Kurz danach beschädigte die UEFA die Pläne und sprach formal eine Einladung aus. Ihr fragt euch bestimmt, wieso spielt denn jetzt Katar ab März in der europäischen WM-Qualifikation? Die Nationalmannschaft von Katar soll so Wettkampfpraxis für die WM 2022 im eigenen Land sammeln. Dass Punkte gegen Katar für die europäischen Nationen zählen, ist eher unwahrscheinlich. Katar wird in der Gruppe mit Europameister Portugal, Serbien, Irland, Luxemburg und Aserbaidschan einsortiert. Katar wird in der Gruppe keine Punkte sammeln können und egal auf welchem Platz sie am Ende bleiben, sie werden trotzdem 2020 bei der WM im eigenen Land teilnehmen. Katar spielt nur für eine kurze Zeit in Europa, weil sie sonst bis zur WM keine richtigen festen Pflichtspiele haben, wo Vereine richtig spielen werden. Freundschaftsspiele, na, da kann man schlecht Wettkampfpraxis sammeln. Dass Katar auf dem Weg zur eigenen WM an Qualifikationsrunden teilnimmt, sind nicht neu. Weil ursprünglich war es dabei aber um die Ausscheidungsspiele in Asien gegangen. Was ist meine Meinung? Ich frage mich jetzt, ähm, ich bin jetzt kein Fan davon. Man kann verstehen, dass Katar Wettkampfpraxis haben möchte, aber man kann das in der eigenen Quali-Gruppen machen in Asien. Und, ja, die WM im Katar sollte man eigentlich boykottieren. Und, ja, Live-Bilder aus dem FIFA-Sitz, ich sehe da schon, wie einige, einige Leute da ein paar Scheinchen zählen. Ja, was ist eure Meinung dazu? Ja, ich wollte nur die News vortragen. Äh, äh, ja, keine Ahnung. Das war's in dem Video. Was ist eure Meinung? Ciao.